so gehen wir mal dahin aber wo wir als erstes hingehen aber mit den typen müssen wir besiegen und wir müssen auch da hoch noch einen haben wir auf jeden fall erwischt na gut sind so ein bisschen nervig die fliege dinge ja aber jetzt früh jetzt fehlt nein ja ich kriege ihn echt nicht an den blöden heini auf den vollen sack gut Mann, Mann, Mann. Gar nicht so easy hier oben im Dach. Wir holen uns mal kurz unsere Sünden wieder. Ich glaube, wir gehen nicht oben längs, wir gehen, glaube ich, doch. Mal probieren, wir längst sie gehen. Oh, ne? So, der ist noch lecker, Mann. Da muss noch einer, aber jetzt müssen wir da raufsprengen, ey. Perfekt. Da muss noch einer, ne? Noch ein von irgendjemandem, aber wir kommen da gar nicht hoch. Oh, es ist ja unnütz, hier hochzuklettern. Na gut, wir haben unsere Sachen wiederbekommen. Es gibt wahrscheinlich einen Umweg oder einen anderen Weg, den man da hinkommt. Da müssen wir uns leider wohl oder übel dem Typen widmen. Mann. Wollen wir nicht drumherum? Och, Mann. Alter. Blöd. Wollen wir mal kurz hinten umgehen. Okay. Viel Leben habe ich nicht mehr, aber vielleicht reicht es ja für den. Oder noch einen anderen Schuss, den wir nutzen können. Ah. Der geht mir zum Sack hier. Das ist echt schwer. Okay. Okay. Wollen wir da nicht? Nein. Okay. Warte mal, dann müssen wir das andere Ding lieber einsetzen. Ist das besser? Ah, es gibt doch gar nicht. Der haut einen noch immer wieder einen in die Fresse hier. Okay. Na ja. Ah, da ist er. Da ist er. Da ist er. Heiopai. Zeichen der ersten Zuflucht. Was ist das? Schutzzeichen, dass den Träger von Schmerz befreite, die wundene Scheine erschienen im Fleisch der frommen Frau, die einst schwor anstelle ihrer schutzbefohlen zu leiden. Okay. So. Weiter geht's. Warte. Okay. Mal runter. Aber ich hab'n D. Ja. Ich bin leider immer noch halb hoch, das macht aber nichts. Mal gucken, da überall ran. Lass uns den Typen da oben mal holen. Da sind die Wurzeln wieder, die uns zugutekommen. Ah, perfekt. Geh das nächste von meinen tiefen Schmerzen. Noch mehr Leben. Danke schön. Gibt's hinten noch nen Geingang? Oder? Nee. Gut. Ah, schön. Sowas mögen wir, ne? Das find ich herrlich. Mal gucken, wo wir jetzt längst gehen am besten, ne? Also hier kommen wir ja runter wieder. Obwohl... Bin sie noch höher? Nee. Nicht. Achso, mal durchsliden. Bνο, okay. Okay. Ich frage, wo was aufging, ja? Hier ist da oben jetzt auf? Anscheinend, okay. Da komme ich nicht höher, ne? Scheiße! Hier komme ich ja, ich komme hier gar nicht hin. Aber irgendwas ging da auf. Okay. So, dann geben wir jetzt noch einen runter. Geht's da hin? Nein! Okay. Überall so kleine Fallen hier mit den Leuten? Wahrscheinlich, ne? Nehmen wir Speicher mehr. Ganz elegant. Dann drücken wir den goldenen Schlüssel hier. Damit wir unsere Leiter runter schicken. Die Leiter geht ziemlich weit und ist eine kleine Abkürzung, wie man sieht. Guck mal da. Erlangt Herz der Öle. Dieses Herz ist gesalbt mit Ölern, welche die Seele entflammen. Heiliger Zorn erhöht die Stärke jener, die das Schwert führen. Gleichzeitig wird ihre Verteidigung geschwächt. Hm. Klingt doch trotzdem ganz gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Kann wir gucken. Also wir können da durch. Da durch. Da waren wir gerade. Da kommen wir ja nicht hoch, ne? Da kommen wir doch eigentlich hoch. Müssen wir nochmal ausprobieren. Oh mein Gott. Lass wir gucken nochmal. Oh. So. Da. Ah! Ich muss ein Leben nehmen, wahrscheinlich. Hier können wir hoch, ne? Verformte Maske des Ohrrests, geben wir ihm mal. Geprägt der Maske von Crescente, geben wir ihm auch. Was? Ah, okay. Ah, guck mal. Ich hab mir schon gefragt, wie ich ihn wieder hochkomme. So komme ich da hoch anscheinend. Geht aber schon wieder zu? Ah, jetzt kommen auch noch zwei davon, ne? Hier oben ist als erstes loswerden. Nein! Nein! Oh nein! Ah! Ah! Oh, jetzt ist er weg, weg. Ah Mist. Oh Mist! Eigentlich war doch gar nicht so schwer. Ja, das war klar. Ja, das war klar. Okay, warte mal. Ah! Zeichen der zweiten Zuflucht! Na! Wuschen wir nicht leben haben wir, aber... Ich glaub hier muss man nicht ein zweites Mal besiegen. Aber jetzt hat er hier die Skitter oben aufgegangen, weil wir dieses Ding da unten zerschossen haben. Das war schon nicht schlecht. So, hier kommt das Zeichen der dritten Zuflucht, oder was? Hm, hier werden wir sterben jetzt. Oh! Ah, jetzt weg! Mann ey! Wir haben kein Leben mehr, das nervt ganz schön. Ah! Ah, danke. Oh! Scheiße. Sehr gut. Oh nein, da ist noch einer. Nein! Ich bin hoch in ihn reingesprungen. Das war ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Sehr, sehr ärgerlich. Aber wir probieren's gleich nochmal. Wir wissen ja jetzt ungefähr wie's geht. Scheiße. So, welcher Weg war das jetzt? Kannst du die Scheiße zurücklaufen ey. Das ist wirklich nervig. So. Ich umg jetzt die Gegner erstmal ein bisschen. Dann geh einfacher. Ich bin grad eben nach rechts gegangen. Jetzt können wir auch noch nach links gehen. Wir gehen erstmal weiter nach rechts. Obwohl, vielleicht gehen wir noch einmal nach links, um zu gucken. Vielleicht gibt's da einen Speicherpunkt auch hier in der Nähe. Oh noch nicht. Oh noch nicht. Oh man. Oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Oh, wir sind auf der Stelle, wo wir das letzte Mal hochgekleid sind. Das geht nicht auch noch um, okay. Gehen wir aber noch weiter nach oben. Ah, das geht auch noch ganz nach unten, okay. Da oben war da noch irgendwas, können wir da irgendwas machen? Da geht noch ein Fahrstuhl irgendwo, aber den kann man noch nicht nutzen. Okay. Nein, was mache ich denn? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Das war wirklich bescheuert. Ah, jährlich. Dumme... Schrittfehler, wollte ich auch sagen. Im Sack der Typ. Da... Mann! Ich gehe da und lebe, weil ich mich dumm anstelle. Überraschung! So. So war einfach das eine Ding. Und dann das andere. Ich gehe mal auf. Das war nicht so clever mit dem Leben wieder. Aber ich stelle mich jetzt ein bisschen clever an. Ich stelle mich jetzt ein bisschen clever an. Ich stelle mich jetzt ein bisschen clever an. Na gut. Da hat er jetzt genauer wieder. Oh nein. Oh. Alter. Der hat mich doch in die andere Richtung getroffen. Was ist denn das für ein Scheiß bitte sehr. Boah, ist das gemein ey. Das gibt's gar nicht. Wie scheiße war das denn bitte der? Dumb, Dumb. Dumb, Dumb. Das war's für heute. Da steht mein Ding noch, muss ich noch holen. Mein Ding vor allen Dingen. Das schluss ich mal ein. Okay. What else? Big. What else? Big. 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 Jetzt kann man da rüber kommen irgendwo, ich weiß noch nicht wo man hin kommt aber das ist schon mal gut zu wissen. Ich kann wahrscheinlich eine Abkürzung freischalten. Das ist echt fies hier das Ding. Ok. Ohne ihn zu töten geschafft. Geht er noch weiter. Ok, das ist halt so dumm von mir. Mauer der heiligen Untersagung. Was sagt er denn hier? Dort ist der metallene Baum, errichtet als Wächter der Brücke. Dieser Baum mit seiner riesigen Borke ist das Symbol der letzten Vereinigung seiner Heiligkeit mit dem Drakel. Angesichts dieses ewigen Staubs werde ich warten, bis ich zur anderen Stelle des Traums aufbreche. Ok. Ok, das ist ein Gegner. Oh oh. Kann ich auch. Wo hab ich hier schon hin sollte? Ich glaub anscheinend nicht. Ist ja auch wie ein anderer Bereich schon. Da wollte ich eigentlich hin. Na ja. Jetzt sind wir schon mal da. Dann rennen wir gleich zurück. Ah, guck mal hier. Also speichern. Sollten wir eigentlich jetzt nicht tun. Wohlach können wir ruhig machen. Wohlach können wir ruhig machen. Wohlach gucken wo wir hinkommen. Wohlach gucken wo wir hinkommen. Wohlach der irgendwas da. Bisschen da war ich. Ich glaub ich bin nur um die Tür zu öffnen. Ok. Lassen wir die mal schön hier rumtapsen. Das ist jetzt auch nicht unser Gebiet. Das erforschen wir später. Ich bringe jetzt mal wieder zurück. Halt, jetzt kann ich auch wieder umtauschen jetzt ja. Wuiiii. Ja ok. Was machen wir nicht hin? Das wissen wir jetzt auch. Oh hier auf die Karte. Und da können wir hin. Wir müssen da hinten noch hoch. Was machen wir jetzt? Natürlich alle Viecher wieder da. Sind die blöde? Ja. Und gleich rauf geschwommen. Ah, warum? Weil ich es kann. Gut. 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 Ok, hier ging es runter, wo ging es nochmal hin? Achja, ok, damit wir nicht hängst. Oh. Gut, gut geschafft. Dann gehen wir in die andere Richtung nochmal. Könnte man besiegen, muss man aber auch nicht. So, hier sind wir. Geht es hier auch noch höher? Geht es runter? Ok, warte mal. Ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch nochmal höher geht. Das tut es anscheinend nicht. Ne, dann gehen wir hier oben weiter. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass man da noch was drauflegt und dann geht es noch ein höher, aber das kommt an. Cool, dass hier unten gespeichert wäre, aber haben wir ja schon alles geschafft hier. Wollen wir auch nicht mehr machen. Warum kämpfen und Leben verlieren, wenn man es nicht muss? Ja, ich muss noch kurz abwarten. Ja. was hat der weg okay da waren wir schon nein wieso kommen diese roten dinge nicht wie bescheuert ist das denn die können ja auch auftauchen bevor man da irgendwie das ja wirklich behindert nun gut ja aber ich glaube es reicht auch für heute sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss ja 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 ja